Jo, Leute, was geht? Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht's heute um Ronaldo. Ihr denkt euch jetzt alle, Ronaldo, Can, was hast du vor? Ich hab hier einen Gast dabei, sein Name ist Gian. Gian, wie geht's? Oh, mir geht's gut, wie geht's dir, Can? Mir geht's auch gut. Willst du den Leuten erzählen, was wir vorhaben, oder soll ich das erzählen? Ja, kannst du... Ich erzähl's! Also, wir spielen, wir spielen um Ronaldo. Das heißt, wir spielen FIFA, okay? Und der Verlierer muss dein Ronaldo schnell verkaufen. Junge, Gian, wieso machen wir sowas? Ich hab keine Ahnung, Digga, Alter. Send out and done check, du. Alles wegen dir. Alles wegen mir, sagte er. Das Ding ist, Leute, ich weiß, dass Gian, mich zerstören wird. Und ich versichere euch und ich schwöre euch, wir haben beide noch nie gegeneinander gespielt. Noch nie, stimmt's? Ja, wirklich, wir haben noch nie gespielt. Ich bin richtig gespannt. Also, ich weiß selber nicht, wie du richtig spielst. Ja, ja, na 알아 achter, scheiße, Jünger, er wird mich eh besiegen. Das Ding ist, wir haben eine Challenge aufgestellt. Er muss, wenn er diese Challenge gewinnen will, muss er mich mit drei Toren Vorsprung besiegen. Okay, Leute? Ich werd mein Bestes geben, dass er es nicht schafft. Gian, was machst du dazu? Sag mal an jetzt. Digga, ich werde um mein Leben spielen, weil ich muss, ich darf ohnehin so nicht abstoßen, Digga. Er wird aber zu scheiße, er hat 7 Millionen Coins auf dem Tacho, Alter. Februar ist wann im Urlaub, Digga, ich muss wieder. Ich hab gar nichts, gar nichts. Ich hab 500 Euro in das Spiel reingebrettet, meine Zuschauer haben mir 700.000 Coins gegeben, das ich mir ohnehin kaufen kann, er wird gleich einfach eventuell gelöscht, Digga. Geschnell verkauft, Alter. Wah, ey, ich hab drei Tage überlegt, ey, da machst du das wirklich oder nicht? Na, dachte mir, komm, wenn wir schnell in einem Video zusammen drehen, hauen wir mal richtig auf die Kacke. Nicht so wie die anderen Schwanz-Youtuber. Wißt du, wie ich mein? Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich lade jetzt Gian ein und dann, ich kann mich auch nicht mal so krass an sein Team erinnern, aber er hat, glaube ich, nur Icons und so weiter. Ich bin echt gespannt. Okay, Gian, auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes, Digga. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt mal kurz meinen Ronaldo. Mein Ronaldo hat für meinen Verein 279 Spiele gemacht, hat 306 Tore geschossen und hat knapp 100 Vorlagen. Und er ist einfach 2 Millionen Münzen mehr. Ich hab ihn damals für 1,7 gekauft, also mein Mann aufruf, 1,8 Millionen Coins. Jetzt ist er einfach 2 Millionen wert, Digga. Was soll ich machen, wenn er weg ist? Ich hab einfach keine Coins mehr. Wie sieht's bei deinem Ronaldo aus, Gian? 68 Spiele, 929 Tore, 617 Torvorlagen. Oh, für wie viel hast du ihn gekauft gehabt? 1.395.000. Er hat E-Geld, Leute, mal scheiß auf ihn, Alter. Wallah, ich hab dich eingeladen, komm her jetzt. Wie viel ist dieses Team wert insgesamt, Digga? Sag mal, wie viel ist das wert? Digga, hat sich ab für Ende schön zum Verlangen. Wallah, ja. Ich weiß nicht, die haben alle Geld, diese E-Sportler, das ist echt krass. Ich wünsche, ich hab auch so viel Geld. Ey, ich bin so krass nervös, das ist so krass, Digga. Wie spät zum ersten Mal, Leute, wie gesagt. Mal gucken, ob ich überhaupt den Ball einmal berühren werde, Digga. Komm her, er ist nicht konzentriert. Hör auf, dich zu konzentrieren, Mann. Einfach ablenken, Leute, ihr müsst einfach ablenken. Hoffentlich kriegst du Delay, mal Delay, irgendwas. Rui Costa gegen Ronaldinho. Ach, gegen Ronaldinho. Okay, zack. Shimbled, qual ist ma? Er wird gleich ausgewechselt. Ah, ich krieg keine Luft mehr. Nein. Ach, der Scheiße, Digga. Nein, 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 nein. Ich werde, ich werde Konter machen, ich werde alles machen. Digga, das kann nicht sein. Wie kann man das mit dem Torherschen, Digga. Was habe ich hier gemacht, Mann? Go. Scheiße. Leute, ich habe auf Konter gestellt, defensiv. Es hat anders keinen Sinn. Wir müssen einfach wie ein Bastard spielen und wie ein Bastard ein Tor schaffen. Hase, komm. Kacala, haben wir den Sekt im Chuchu, ja? Wann wir hin? Boah. Guck mal, ich bin so nervös, ich passe einfach mit Ronaldo weg. Wala, ich bin zu nervös, Alter. Hör doch auf, mich anzurufen! Jürgen, hör auf, nämlich im Video! Rufen mich alle an! Ja! Das kann gar nicht sein, ich habe mir das schon schwer vorgestellt. Hör doch auf, mich anzurufen! Scheiße, Dinger, wieso habe ich nicht gesagt, vier Tore oder so? Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Okay, abwehrige, Leute. Achtung, noch Arme, das zieht ihr mich, schießt noch mit links! Ich habe zu Klartee gepasst, Mann, was ist hier los? Oh, ich bin so dumm. Weg, weg, weg! Junge, wie viele Männer hast du hinten? Aber das helft dir auch nicht, Bro. Boah! Ah, dann ist es Siki, Bro, nein, du rett doch, was ist hier los, Mann? Oh, nein. Überall Ikonenspieler, ja, ich kriege zu viel, Dinger, Wallah, ich kriege zu viel. Nein! Ja! Scheiße, der Kopfhörer ist kaputt. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich hör dich. Kopfhörer ist kaputt, Dinger. Ach, scheiße. Okay, Leute, jetzt, jetzt, jetzt muss ich leider, leider offensiv spielen. Ich werde eh kassieren, aber jetzt werde ich offensiv spielen, Leute. Irgendwie muss ich doch durchkommen, ja. Ey, Can, warum bist du so leise? Leise, Mann! Lenk dir mal irgendwie ab, Alter! Ich fick den Krier, seine Drecksmutter! Ich fick seine Drecksmutter! Ich fick seine Drecksmutter! Scheiße, wie soll ich zwei Tore schießen, Alter? Gerade mal 13 Minuten, Mann! Fuck, Alter! Ich kann nichts machen, Dinger, worum spiele ich gegen Jan und Korre? Jawoll! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Hört man mich überhaupt noch? Kopfhörer ist tot! Ja, ja, ich hör dich. Tot, Kopfhörer! Ich spiele ohne Kopfhörer, jetzt. Boah. Boah. Adam, Hüldü. Adam, Hüldü, Dinger. Oh, Biber! Der hat das Spiel, kann das Spiel in- und auswendig, ja? Ja, wirklich, muss. Oh, mein Gott, das ist so peinlich. Dinger, ich kann das nicht hochladen! Ich kann das nicht hochladen, Dinger! Ich verlier schon wieder mein Gesicht, Dinger! Scheiße! Scheiße! Ich bin so dumm! Ich hätte von der ersten Minute aus dem Ball nehmen sollen, einfach auf Zeit spiel. Also, was denke ich, wer ich bin, Dinger? Ich kann doch nicht! Mann! Jürgen, Amina Kutum und Bayle! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich komme einfach nicht durch! Hätte ich abgespielt, hätte ich auch gewusst! Amina Kutum, was soll ich machen? Aluna! Ich werde das dran, was soll ich nur! Ja! Nein! Nein! Ich kann meine meinem cyberla. Baby Zust7! Baby Zust7! Ja Baby Zust8! Nein! Nein! Wie ist es gekling? Klasik Cristiano Ronaldo Cana veda ediyor Az kaldı Az kaldı olum Du bist auch ein Wichser Seid doch mit Wilhelm vor Sprung gewesen Ja, sehr offensiv Ja Nein, nein Ihr Wichser Ihr Wichser Jetzt continue Antonio Aleksandro Mit Tisch Ramos Nein, nein Er gewinnt jede Kopfbank gerade Du Wichser Das ist gar nicht witzig, Mann Ich schwör, das ist nicht witzig Fick dich, Alter Yallah, ein Ehrentreffer Lauf, Kante Junge, ich komm einfach nicht durch Ich hab mich so blamiert, Digga, das ist unglaublich Ich lad das nicht hoch, fickt euch alle Junge, fick dich Oooo Oooo Cristiano Ronaldo Adam çaktı Hahahaha Hadi can, hadi can Hadi bak Challenge'i 3 golden 5 gol yaptım Hahahaha 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 Vollpressing Hahahaha Das wird hier kein Siggis dann Hahahaha 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 Er kommt Hahahaha Hahahaha Sogar, den kriegt der Oh oh Ich fick ihn Hahahaha 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 Lass du dir lassen cameras Hahahaha Ich hab Joel Hahahaha Nun erwartet Hahahaha 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 Ey, das kann doch nicht wahr sein, ja! Jan, was geht ab? Wie fühlt sich das jetzt, diese 2 Millionen einfach zu verballern? Und... Wie hat sich das gefühlt? Ich will sterben. Die 2 Millionen, wofür du 500 Euro ausgegeben hast... Das kannst du mir nicht antun, Digga. Einfach in die Mülltonne. Das kannst du mir nicht antun, Digga. Wie fandest du mich und wie fandest du das Spiel? Lass mich in Ruhe. Hier, ich mach Bildschirmtraum, könnt ihr sehen? Ja, ja, ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher. Ey, Digga, ich kann das nicht machen, Mann. Wollah, ich kann das nicht machen, Digga, ja? Wo ich das will, Digga, einmal ein Wort. Scheiße, Alter, der hat mich einfach voll gefühlt, Digga. Ich will das nicht machen. Nein, nein. Ich hab so viel Geld reingesteckt, Digga. Ich will heute nicht verkaufen. Und Digga, zu, was wird jetzt kompetiert? Spielt einmal gegen Jan! Spielt einmal gegen ihn, ihr Wichser! Boah, nein, ich kann das nicht machen, Digga. Ich kann ihn nicht verkaufen. Das geht nicht, Digga. Wie denn so Taken und Pasha ist einfacher. Das geht nicht, ich kann ihn nicht verkaufen, Mann. Nein, nein. Ich schalte 10.000 Mal Werbung bei dem Video. Nein, Digga. Ich schalte 10.000 Mal Werbung. Ich kann nicht hingucken. Das ist nicht witzig. Ich bin am Saban, Alter. Einfach drücken so. Ich kann das nicht machen, Digga. Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich fake das so. Das geht nicht, Digga. Einmal Team Fitness. Einfach so. Haba durchstärkst du. Ja, du hast 500 Euro nicht wegspeise. Ich heul gleich. Äh, zu krass. Ey, geht das einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey. Digga, ich kann das nicht machen, ja? Digga. Ich kann nicht auf Ja drücken, Mann. Drück mal auf Ja. Also einfach auf X drücken. Digga, mach. Das ist weg, Digga. Oh mein Gott. Das ist weg. Das ist weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. 500 Euro einfach weg, Mann. Fick dich, Alter. Wenn euch das wieder gefallen hat, dann fickt euch ins Knie, Alter. Ciao, Amonagoim. Ja, fickt euch. Ja, Leute. Ich hab brutal schlechte Laune. Ronaldo ist einfach weg. Ich muss gucken, wie ich wieder an Ronaldo komme. Das war das neue Format. Ich will gegen YouTube oder gegen E-Sportler spielen mit einem großen Einsatz, damit das auch Spaß macht für euch. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert, wer der nächste Gegner sein soll. Spamt die Kommentare einfach voll. Dann werde ich schon dafür sorgen, dass ich gegen diese Person spielen kann. Abonniert auf jeden Fall Gian seinen Kanal. Gian ist für mich der beste E-Sportler in Deutschland. Ich hätte niemals gedacht, dass der mich so weghaut. Egal wie gut oder schlecht ich bin. In Zukunft habe ich vorher sehr viel mit Gian und Serkan zu arbeiten. Gian ist ja meistens in solchen Events eingeladen, wo er sich immer qualifiziert durch diese Weekend League. Und da werde ich dann auch dabei sein, alles bloggen, wenn alles gut geht. Eine wichtige Sache kommt jetzt noch. Ich bin am 5.1. in Berlin bei Gian und Serkan und werde dort live streamen um 18 Uhr. Das ist ein Freitag. 5.1.2018. 18 Uhr. Schreibt euch das hinter die Ohren. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle am Start seid. Folgt mich für alle Fälle auf Twitch. Ich heiße dort Jumbroke-Untenstrich. Ich habe euch aber auch meinen Twitch-Kanal in der Beschreibung verlinkt. Wie auch Gian's Kanal. Ich erwarte euch alle in diesem Stream. Ich will einfach gucken, wie der Stream läuft. Ich will gucken, ob sich das lohnt. Je nachdem will ich mir auch einen PC kaufen und von zuhause aus streamen. Da Serkan und Gian zuhause perfektes Equipment haben und schon da alles für mich vorbereiten, wird es halt einfacher für mich. Für den 5.1. muss ich mir auf jeden Fall ein Ronaldo klären, denn ich werde die Weekend League nicht ohne Ronaldo spielen. Falls wir irgendwie verschieben müssen, die Zeit oder das Datum, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Denn da sage ich in meiner Story, wann ich live auf Twitch bin. Okay? Und dann will ich es sein, wir sehen uns nächste Woche. Okay. Okay.